So fühlt sich YouTube wahrscheinlich grad. Wo ist Ravastan? Och nee. Wie fühlt sich YouTube grad? Alter, Alter. Na, Melvin, mach mal nach. Wie hat er gesungen? Das ist das falsche Ziel. Elendig. 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 Boah, ich muss zehn von diesen Saver-Verschnitts umbringen. Alles klar. Joa, du kannst auch halt ein bisschen. Joa. Ja ne, du sollst ja aufhören. Wie war der noch? Das war jetzt der dritte. Folgen noch sieben. Jetzt ein guter Rock. Alles klar. Au. Alles klar. Der muss bestimmt so ne elendige Aufgabe erfüllen, wo er mehr als zehn Mobs klatschen muss. Was? Ah. Was? Ah. 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 Ach. Ah. 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 Was macht denn der Melvin eigentlich grade? Ah. Aua! Außer sich selber wehtun. Ja, 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 ja. Aber Kanaion. Ach so, ja, das ist mir klar. Warum? Weil... Das ist kein gültiges Ziel. Äh, weil ich Kanaion spiele. Warum? Weil ich Platz für vielleicht besser komme? Gutes Argument. Warum? Warum? Bist du schwerhörig, oder wie? Ja, ich höre die ganze Zeit nur mein Schwert, wie es dieses viel zu... äh, zu kloppen. Der Ingame-Sound ist halt einfach zu laut, wenn du redest. Stellen runter. Ah, nein! Nicht auslocken! Oh! Stellen runter! Oh! Der ist nur auf 39%. Was soll ich denn machen? Ich muss noch 3 Saras umhauen und Stinkblumen. Stinkblumen, Stinkblumen. Nein, das sah ich jetzt nicht. Die Person wird die Aufnahme gucken. Ähm... Ich muss kurz überlegen. Was hast du gerade gesagt? Äh... Ist egal. Ich glaube, ich weiß nicht. Ach, bin ich da mit Mähne? Ja. Ja, genau. Oh! Okay, Tyrox. Wir wissen Bescheid, dir fehlen Synapsen. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Ich weine. Ich weine. Ich weine. Warum? Hat deine Charakter-Figur ihre Klamotten verloren? Nein. Hat sie... einen Stock in den Hintern bekommen? Ja, einen Stock. Ey! Wir sind doch ein Held, ja. Warum könnte ein Tyrox weinen? Entweder sein Vater war da, hat ihn vermöbelt und er kriegt Internetverbot. Oder... er hat jemanden nackt gesehen. Ich vielleicht. Boah, das war eine Kampfansage. Ja. Ich dachte ja eher an Melvin. Das war auch erst mein erster Gedanke, aber dann hab ich mir gedacht, ne. Dann machen wir es mal nicht. Der Alta ist auch weggelegen. So. Eine Stinkblume noch. Und dann noch 5 Harbieren. Ne, 10. Scheiße. Warum bin ich hier fast down? Können wir uns einer erklären? Passion des Besatzers. Stufe 1 hast du. Wo bist du denn? Dort denn? Dort denn? Okay. Es ist ja noch ganz schön was vor dir. Oh. Oh. Och. Lass mich doch mal in Ruhe, du Drecksvieh. Stand mal wahr. Stand mal wahr. Oh. 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 Ah. Einsammeln. Einsammeln. Die da oben umhauen gehen. Die sind halt Stufe 64. Ja. Oh. Wird schon. Wird nicht sein. Ja, ich krieg das hier schon hin. Auch wenn ich nur noch halbes Leben hab. Ich muss immer noch eine Stinkblume einsammeln. Ja, Melvin ist schon wieder komplett gemütet. CBP jetzt hier online? Ne, der macht gerade wieder RP. Ja, ja, ist er wieder über PC online, wenn dann noch RP. Ja. Ich bin wieder da. Moin, du'n Boscher. Haben wir schon mitbekommen. Tau, ich muss nicht mehr zu Hause machen. Weihnachten ist gebraucht. Wie? Vorhin hast du dagegen nichts gesagt. Ach so. Degen hast du nichts gesagt. Das hat sich sehr verletzend gemacht. Das ist immer mehr zu Hause. Neck dir das. Also ich behandle die Menschen nicht, so wie ich auch behandeln zu sein möchte. Ich schlage mich besser und verleidig bin. Also Melvin, wenn das so ist und wir uns sagen, was uns alles verletzt, sollen ich und Tyrox auch mal damit anfangen. Dann ziehst du aber den kürzeren. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich bin doch mal lieb. Mann, das ist immer Tastendrücken und Tastendrücken und Tastendrücken. Oh Mann. Du vernachlässigst den Arc-Server, den Sky-Server. Den Sky-Server habe ich nicht vernachlässigt. Ich bin sehr inaktiv. Du hättest deinen Baum schon lange bauen können und... Ich bin zwar... Ich bin zwar inaktiv, aber trotzdem tauche ich jetzt bei den Aufnahmen auf. Du kannst ja auch so einfach mal auftauchen. Ja. Ich habe keine Wurst zu. Eine noch. Und dann noch eine Stinky-Blumensamen holen. Ich meine, wenn ich keine Lust zu irgendwas habe, dann gucke ich eigentlich meistens Anime. Oder Hentais. Oder Hentons. Danke. Was? Oh nein. Was habe ich gesagt? Guck dir einfach Folge 63 von Aion an. Die heißt dann... Keine Ahnung. Aber die heißt auf jeden Fall Tyrox Coop Hentais. Oi. Schön. Ich hab... Scheiße, mein ganzes Inventar ist voll. Schön. Was raue ich denn jetzt hier raus? Naja, ich bin müde, dass es nicht der Einzel, der Hentais coopt. Stimmt's, Melvin. Alter. Ich will diesen Sonnenuntergang-Ding haben. Gib mir das hier. Ich glaube, Sarah wird nicht wirklich sehr erfreut Tor sein, wenn du... Sagst... Keine. Was, du hast keine Sarah? Nein, das... Okay, also jetzt, jetzt noch und... Das habe ich doch gar nicht. Oh mein Gott, Melvin ist wieder frei. Tyrox, hau dich ran. Bäh. Hahaha. Komm, ich mute mich, weil das hat eh keinen Zweck mehr. Nein. Zu spät. Superhelfer. Super. Ich muss das unbedingt in den Channels ausstellen mit dem Mute. Nö, ich kann mich ja separat am Mikro-Mute-Ding. Könnte ich auch machen. Ich hab immer so'n Knopf. Nein, darfst du nicht, wir sind in der Aufnahme. Ha. 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 Äh. What is the... Okay, Tyrox hat nebenbei Hentais laufen. Hahaha. Ich wusste's. Ich grüße euch. Ne, aber ich guck nebenbei äh... Möge Arion euch beschützt. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Deswegen bewegt sich dein Charakter gar nicht mehr. Wie denn mein Charakter bewegt sich nicht? Ich muss ja hier die ganze Zeit nur Tasten drücken. Ich muss vor Gegnern stehen, Tasten drücken, Gegner stehen, Tasten drücken. Was gibt es? Und dann einmal Richtsklick. Und dann... Auf bald. Ist super. Steht ja schon lange da. Das beschreibt meine Lage. Soll ich mir was sagen? Ich hab so viele Quests und ich nehm immer weiter neue Quests an, ohne die anderen mal abzugeben. Ich weiß nicht warum ich das mache. Das mach ich bei Black Desert Wanderen. Hier mach ich das nicht. Obwohl. Das mach ich eigentlich überall. Ja, siehste. Ich liebe meinen Charakter. Annehmen, nicht fertig machen, liegen lassen. Perfekt. Ja. Ich meine, wenn du den Reifen wechseln willst. Uuh, du Scheiße. Dann reifen raus und lässt ihn einfach so dumm stehen. Fertig. Ganz weiter fahren. Okay. Renne ich? Ja, ich renne jetzt richtig. Endlich. Und warum Autoplay? Weißt du, ich hab einmal Autoplay ausgeschaltet, weil... Ey, weil du mich wieder so ein Scheißmonster verfolgt. Mich aber auch. Merfiger Harbin erstattet. Tick bricht. Tyrox, jetzt ruht das Blut. Ey, da ist alles verloren bei Tyrox. Oh, Tyrox ist müde. Ja. Ja. Hab zu viel Hände erst geguckt. Alles klar. So, nächste Quest abgeschlossen. Jetzt muss... Ne, warte mal. Jetzt hat sich was Neues aufgemacht. Hab zu viel meinen Wien gejabbt. Ich blick bei meinen ganzen Quests nicht mehr durch. Warum? Weil... Oh mein Gott, der Titan ist down. Yay. Alter. Endlich. Es ist Mist. Fliegt down. Tempel des Sonnenuntergangs. Okay. Hier kann ich... Ui. Ui. Oh, hier sieht's geil aus. Gelt down, Fugi. Was? Das waren doch die... komischen Melvin-Verschnitte. Diese Schimmelpilze. Ich hab das Gefühl... So, warte mal. Hä? Ich renne richtig. Hier sind aber nur Mobs. Was? Bin ich bescheuert? Jetzt hat mich auch noch so ins Anvisiert. Das ist nicht gut. Hä? Ah, was zahm. Auch noch was zahm. So, glaube der Aquana... Äh. So, die Quest ist abgegeben. Jetzt bin ich hier bei diesem Frettchen beibekommen. So, Quest abgegeben. Die nächste ist beim Teil der Aquana. Okay. Äh. Erreichest du... Hä? Und verwende dann die... Hab ich doch gemacht. Ach, Mann. Dieser Monster. Hä? Stufe 10. Fortschritt-Belohnung. Tesa-Boss. Zweites Geschenk. Muss ich den nochmal beschwören, den Knallkopf? Tatsache. Tatsache. Eine China-Vergünstigung bei Erschöpfung. Tesa-Bossom-Skulptur. Kiste der Tarok so einmal pro Tag. Okay. Erreich Stufe 25. Und benutze die Tesa-Skulptur. Ja. Gut. Das... Da muss ich jetzt wieder eine Minute warten. Cool.